Den geraden Unterarmstütz können Sie entweder mit den Unterarmen auf der Soft-X-Faszienrolle oder mit den Fußspitzen auf der Rolle durchführen. Versuchen Sie bei allen Varianten den Rumpf stabil zu halten. Ihr Kopf bildet die Verlängerung zur Wirbelsäule. Wenn Sie in der Lage sind, die Unterarmstützposition längere Zeit zu halten, können Sie mit Ihren Füßen auf der Rolle wandern. Alternativ können Sie Ihre Arme abwechselnd nach vorn strecken und kurz halten.